Ich bin jetzt heute das erste mal dazu gekommen euch zu sehen und ich habe mich gefragt so ich habe einen Livestream gemacht und die Pudeldame hat euch am Anfang den Lebensfilm vorgequatscht und danach war auch ein bisschen komische Luft. Was war das für eine Karte? Macht ihr eigentlich ein paar Fragen? Macht ihr Permakultur? Habt ihr irgendwie keine Ahnung? Meine Agrar ist wichtig, wenn man sich da irgendwie am Leben erhalten will. Ja, das wäre meine Frage. Also macht ihr Permakultur beziehungsweise habt ihr noch was? Was wollt ihr ausdrücken? Findest du was wichtig? Inhalte und Ausdruck? Und ich wusste jetzt damit nicht anzufangen. Sorry. Willst du noch was sagen? Hast du Zeit? Nein, nein. Ich bin durch. Mein Kopf ist leer. Ist doch schon mal gut. Ich guck dir doch mal länger als eine Minute, Alter. Macht doch mal fünf Minuten raus. Wir haben jetzt noch sind schnell. Ich weiß nicht, wird schnell, aber da... Okay, also, gut, also... Wir kommen doch noch was, was am Ende nach oben zieht. Meine habt... Jungs, genau, ich sage jetzt noch... Jungs! Motivation! Habt ihr eine Unabhängigkeitserklärung oder eine Verfassung? Ihr braucht sowas. Ich will Inhalte. Ich will dich einfach nicht... nur drei Leute mit einer Frau auf der Couch. Die Ochenkehr ist. Die Ochenkehr ist. Die Ochenkehr ist. Zwei Pudel, die einfach Strickjacken anhaben, damit sie halbwegs hübsch sind. Und warum schlachtet die Tiere? Also ja, gut, warum schlachtet die Tiere? Warum wird die nicht jagen? Wahrscheinlich, weil sie einfach hinter dem Hasen nicht mehr hinterherkommt, die junge Dame. Aber wie steht ihr zum Beispiel zum Jagen? Ich finde sowas wichtig. So eine... So eine Grundthesen zum Leben finde ich irgendwie faszinierend, einfach und wichtig. Aber von den Grundfragen und Grundthesen des Lebens habe ich heute wenig gesehen. Gut, jetzt waren wir bei fünf Minuten. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich weiß, ich bin deprimierend, aber ich muss nicht einfach loswerden. Wolltest du noch was sagen? Gut, Jungs. Macht nicht weiter so. Macht's besser. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's.